erster teil der novelle der schuß von der kanzel von konrad ferdinand meyer gelesen von hans hafen erstes kapitel zween geistliche männer stiegen in der zweiten abendstunde eines oktobertages von dem hochgelegenen ütikon nach dem landungsplatze obermeilen hinunter der kürzeste weg vom pfarrhause das bequem neben der kirche auf der ersten mit wiesen und fruchtbäumen bedeckten stufe des höhenzuges lag nach der durch ein langes gemäuer einen sogenannten haken geschütztem seebucht führte sie durch leere weinberge die lese war beendigt zur rechten und linken zeigte der weinstock nur gelbe oder zerrissene blätter und auf den das riebgelände durchziehenden dunkelgrünen rasenstreifen blühte die zeitlose nur aus der ferne wo vielleicht ein erfahrener mann seinen wein außergewöhnlich lange hatte ausreifen lassen damit der tropfen um so kräftiger werde scholl zuweilen ein vereinzeltes winzerjauchzen herüber die beiden schritten wie von einem herbstgefühle gedrückt ohne worte einer hinter dem andern auch bot ihnen der mit ungleichen steinplatten und blöcken belegte steile abstieg eine unbequeme treppe und wurden sie vom winde der aus westen her in rauen stößen über den see fuhr zuweilen hart gezaust die ersten tage der lese waren die schönsten des jahres gewesen eine warme föhnluft hatte die schneeberge und den schweizersee auf ihre weise idealisiert die reihe der einen zu einem einzigen stillen großen leuchten verbunden den anderen mit dem tiefen und kräftigen farbenglanze einer südlichen meerbucht übergossen als gelüste sie eine bachische landschaft ein stück italien über die alten zu versetzen heute aber blies ein heftiger querwind und die durch grelle lichter und harte schatten entstellten hochgebirge traten in schroffer fast barocker erscheinung dem auge viel zu nahe pfannenstiel dein vorhaben entbehrt der vernunft sagte nun plötzlich der vorangehende ein kurzer stämmiger trotz seiner jugend fast etwas beleibter mann stand still und kehrte sein blühendes gesicht rasch nach dem schmalen und hageren gefährten um dieser stolperte zur antwort über einen stein denn er hatte den blick bis jetzt unverwandt auf die turmspitze von mythikon geheftet die am jenseitigen ufer über einer dunkel bewaldeten halbinsel als schlanke nadel in den himmel hinaufstach nachdem er seine langen beine wieder in richtigen gang gebracht hatte er widerte er in angenehmen brusttone ich bilde mir ein rosenstock der general werde mich nicht wie ein lästrigone empfangen er ist mein verwandter wenn auch in entferntem grade und gestern noch habe ich ihm eine dissertation über die symbolik der odyssee mit einer artigen widmung zugesendet heilige einfalt brummte rosenstock der sein kräftiges kolorit dem gewerbe seiner väter verdankte die seit menschengedenken eine in zürich namhafte fleischer und wursterfamilie gewesen du kennst ihn schlecht den da drüben und er deutete mit einer kurzen bewegung seines runden kinns über den see nach einem landhause von italienischer bauart das an der nördlichen einbuchtung der eichen bestandenen halbinsel lag er ist für seine verwandten nicht zärtlich und eine schwärmerische dissertation die übrigens alle verständigen befremdet hat spottet er dir zus schanden der pfarrer von ütikon blies in die luft als formte er eine schillernde seifenblase dann fuhr er nach einer weile fort glaube mir pfannenstilchen du hast besser mit den beiden narren dort drüben den wertmüller nichts zu schaffen der general ist eine brennessel die keiner ungestochen berührt und sein vetter der pfarrer von ütikon das alte kind bringt unsern stand in verruf mit seiner meute seinem gewehrkasten und seinem unaufhörlichen puffen und knallen du hast ja selbst im frühjahr als fikar genug darunter zu leiden gehabt freilich die rahel mit ihrem fein gebogenen näschen und ihrem roten kirschmunde aber sie liebt dich nicht die junkerin wird schließlich bei einem junker anlangen es heißt sie sei mit dem leo kirchberger verlobt doch lass dichs hörst du nicht anfechten ein korb ist noch lange kein konsilium abeundi um dich zu trösten auch ich habe deren einige erhalten und siehe ich lebe und gedeie bin auch vor kurzem in den stand der ehe getreten der lange kandidat warf unter seinen blonden vom winde verwehten haaren hervor einen blick der verzweiflung auf den kollegen und seufzte erbärmlich ihm mangelte die dessen herzmuskel bekleidende fettschicht weg fort von hier rief er dann schmerzvoll aufgeregt ich gehe hier zugrunde der general wird mir die erledigte feldkaplanei seiner venezianischen komponie nicht verweigern fahnenstiel ich wiederhole dir dein vorhaben entbehrt der vernunft bleibe im lande und nähre dich redlich du nimmst mir allen lebens atem klagte der blonde ich soll nicht fort und kann nicht bleiben wohin soll ich denn ins grab schäme dich deine knabenschuhe vertreten sollst du der gedanke mit der venezianischen feldkaplanei wäre an sich so übel nicht das heißt wenn du ein resoluter mensch wärst und nicht so blaue und schuldige kinderaugen hättest der general hat sie neulich mir angetragen ein so geräumig entwickelter brustkasten würde seinen leuten imponieren meinte er natürlich affenpossen denn er weiß dass ich ein befestigter mensch bin und meinen weinberg nicht verlasse warst du drüben vorgestern dem ütikoner stieg ein zorn in den kopf seit er wieder hier ist nicht länger als eine woche hat der alte störefried richtig stadt und sehn aufruhr gebracht er komme vor dem nächsten feldzuge sein haus zu bestellen schrieb er von wien nun er kam und es begann ein rollen von karossen am linken seeufer nach der au zu die landenberge die schmitte die reinharte alle seine verwandten die den ergrauten freigeist und spötter sonst mieden wie einen verpesteten alle kamen und wollten ihn beerben er ist aber nie zu hause sondern fährt wie ein satan auf dem see herum blitzschnell in einer zwölfruderigen galeere die er mit seinen leuten benannt meine pfarrkinder reißen die augen auf werden unruhig und munkeln von hexerei nicht genug vom eindunkeln an bis gegen den morgen steigen feurige drachen und scheine aus den schlöten des auhauses auf der general statt wie ein christenmensch zu schlafen schmiedet und schlossert zuweilen die ganze nacht hindurch kunstreiche schlösser wahre prachtstücke hab ich von seiner arbeit gesehen die kein dietrich öffnet für leute sagte er mit einem boshaften seitenblick auf meine apostolische armut die schätze sammeln welche von dieben gestohlen und von motten gefressen werden nun du begreifst die funkengarbe spielt ihre rolle und wird als straße des höllenfürsten durch den schornstein viel betrachtet und reichlich besprochen so wuchs die gärung die leute aufklären ist von eitel bösen folgen ich wählte den kürzeren weg und ging hinüber den general als freund zu warnen an den abend werd ich mein liebtag denken meine warnung beseitigte er mit einem hohen lächeln dann faßte er mich am rockknopfe und ein diskurs bricht los wie sturm und wirbelwind sag ich dir pfannenstiel mit abgerissenen knöpfen und gerädert kam ich nach hause mosler hat er mir vorgesetzt aber mit den größten bosheiten vergelt natürlich sprach er von seinem testamente denn das ist jetzt sein steckenpferd ihr steht auch drin ehrwürden ich erschrecke nun ich will euch den paragrafen weisen eröffnet das konvolut leset ich lese und was lese ich pfannenstiel item meinem schätzbaren freunde dem pfarrer rosenstock zwei hohle hemdknöpfe von messing mit einer glasscheibe versehen worunter auf grünem grunde je drei winzige würfelchen liegen gestikuliert der herr auf der kanzel nun mit der rechten nun mit der linken und schüttelt besagte würfelchen auf eine ungezwungene weise so kann er vermittelst wiederholter schräger blicke bei währendem sermon mit sich selbst ein kurzweiliges spielchen machen vorgenannte knöpfe sind in algier tunis und tripolis bei den andächtigen beliebt und finden ihre anwendung in den moscheen während der vorlesung des korans nun denke dir pfannenstiel das ärgernis bei eröffnung des testaments der bösewicht ließ sich dann erbitten mir die gabe gleich einzuhändigen und den paragrafen zu streichen hier und rosenstock hob das niedliche spielzeug aus seiner brusttasche das ist ja eine ganz ruchlose erfindung sagte pfannenstiel mit einem anfluge von lächeln denn er kannte die neigung des ütikolers zum würfelspiele und du meinst der general ist allen geistlichen leuten aufsäßig allen ohne ausnahme sei der puncto gottloser reden prozessiert und um eine schwere summe gebüßt wurde ist ihm nicht zu viel geschehen fragte pfannenstiel der sich den hellfetisch reformierten glaubensbegriff mit etwas bescheidener mystik versüßte und in dem keine ader eines kirchlichen verfolgers war durchaus nicht nur musste er die ganze große rechnung auf einmal bezahlen auf seinem ganzen lebenswege von jugend an hat er blasfemiert und es wurde dann so gesammelt das summierte sich dann so als er endlich in unserem letzten bürgerkriege rapperswil vergeblich belagerte ohne menschenleben zu schonen was die erste pflicht eines republikanischen herführers ist erbitterte er die öffentliche meinung gegen sich und wir durften ihm an den kragen da wurde ihm eingedrängt was er alles an unserer landeskirche gefriefelt hatte jetzt freilich dürfen wir dem feldherrn der apostolischen majestät weiter nichts anhaben sonst wird er uns zum possen noch katholisch und das zweite ärgernis schlimmer als das erste man erzählte sich ertafle in wien mit jesuiten und kapuzinern wir geistlichen leute sind eben so oder so betitelt und verkleidet in der welt nicht zu entbehren der ütikoner belachte seinen scherz und blieb stehen hier ist die grenze meines weinbergs sagte er mit diesem ausdruck bezeichnete er seine gemeinde willst du nach dem erzählten noch hinüber zum generale pfannenstil begehst du die torheit ich will es ein bisschen mit der torheit versuchen die weisheit hat mir bis jetzt nur herbe früchte gezeitigt erwiderte pfannenstil sanftmütig und schied von seinem gestrengen kollegen zweites kapitel wenig später saß der verliebte und verzweifelnde kandidat auf dem querbrette eines langen schmalen nachens den der junge schiffmann bläuling mitten über die seebreite mit kaum aus dem wasser gehobenen ruder der au zu lenkte schon warf das schweigsame eichendunkel seine schwarzen abendschatten weit auf die schauernden gewässer hinaus bläuling ein ernsthafter verschlossener mensch mit regelmäßigen gesichtszügen tat den mund nicht auf sein nachen schoß gleichmäßig und kräftig wie ein selbständiges wesen durch die unruhige flut auf und nieder war der ganze see mit gewölbten segeln bevölkert denn es war sonnabend und die schiffe kehrten von dem gestrigen städtischen wochenmarkte heim drei segel flogen heran die eine figur mit sich verschiebenden endpunkten bildeten und schlossen das schifflein des kandidaten in ihre linien ein nehmt mich mit in die weite freiheit flehte er sie unbewusst an aber sie entließen ihn wieder aus ihrem wandernden netze unterdessen näherte sich zusehends das landhaus des generals und entwickelte seine fassade der fest aber leicht aufstrebende bau hatte nichts zu tun mit den landesüblichen hochgiebeln und es war als hätte er bei seiner eigenart die einsamkeit absichtlich aufgesucht dort ist das kämmerlein der türkin ließ sich jetzt der schweigsame bläuling vernehmen indem seine rechte das ruder fahren ließ und nach der südecke des hauses zeigte der türkin der ganze kandidat wurde zu einem bedenklichen fragezeichen nun ja der türkin des wertmüllers er hat sie aus dem morgenlande heimgebracht wo er für den venezianerkrieg führte ich habe sie schon oft gesehen ein hübsches weibsbild mit goldenem kopfputze und langen offenen haaren gewöhnlich wenn ich vorüberfahre legt sie die finger an den mund als pfiffe sie einem mannsvolk aber gegenwärtig liegt sie nicht im fenster ein langgezogener ruf schnitt durch die lüfte gerade über die barke hin zweine und scholl es vernehmlich vom ufer her der aufgebrachte bläuling schlug sein ruder ins wasser das zischend und spritzend ein breiter strahl an der seite des fahrzeuges emporschoss so wird man zönte er seit ein paar tagen daß der wertmüller wieder hier ist überall auf dem see mit namen gerufen es ist der verrückte schwarze der mit dem sprachrohr des generals rumort und spektakelt vergangenen sonntag im löwen zu meilen schenkten sie ihm ein und soffen ihn unter den tisch dann brachten sie ihn nachts in meinem schiff dem wertmüller zurück nun schimpft der kaminfeger durch das rohr nach meilen hinüber aber morgen beim eid sitzt er wieder unter uns im löwen nun frage ich woher hat der mohr das fremde wort hier sagt man sich auch wüst aber nicht so der general wird ihn so schelten bemerkte pfannenstill kleinlaut so ist es herr stimmte der bursche ein der wertmüller bringt die hochdeutschen fremdländischen wörter ins land der staatsverräter aber ich lasse mir auf dem see nicht so sagen beim eid nicht bleuling wandte ohne weiteres seine barke und gewann mit eiligen kräftigen ruderzügen wieder die seemitte was ficht euch an guter freund ich beschwöre euch eiferte pfannenstiel hinüber mußt ich nehmt doppelte löhnung doch das silber verlor seine kraft gegen die patriotische entrüstung und der kandidat mußte sich aufs bitten verlegen mit mühe erlangte er von dem beleidigten bläuling daß in dieser weil ihr es seid sagte der bursche außerhalb der tragweite des sprachrohrs um die ganze halbinsel herum in ihre südliche bucht beförderte dort ließ er den kandidaten ans ufer steigen und ruderte nach wenigen minuten den sich rasch verkleinernden nachen wieder mitten in die bläu drittes kapitel so wurde pfannenstiel wie ein geächterter unter den eichen der halbinsel ausgesetzt ein enger pfad vertiefte sich in das halbdunkel und erzögerte nicht ihn zu betreten mit diebes schritten eilte er durch das unter seinen sohlen raschelnde laub einer nahen lichtung zu da seinem bösen traume verwandte gefühl den fremden besitz auf so ungewöhnlichem wege zu betreten gab ihm flügel doch begann auch das element des abenteuerlichen das in jedem menschenherze schlummert seinen geheimen reiz auf ihn auszuüben so wirft sich ein badender in die flut der zuerst leise schauernd mit der zeh geprüft hat die bald erreichte lichtung war nur eine beschränkte von oben wie durch eine kuppelöffnung erhellte musstelle ein darauf spielendes eichhorn setzte über den kopf des kandidaten weg auf einen niederhangenden zweig der erst ins schwanken geriet als das schnelle tierchen schon einen zweiten erreicht hatte wieder führte der pfad eine weile durch das grüne dunkel bis er sich plötzlich wandte und der kandidat das landhaus in der entfernung von wenigen schritten vor sich erblickte diese schritte aber tat er sehr langsam er gehörte zu jenen schüchternen leuten für welchen das auftreten und das abgehen mit schwierigkeiten verbunden ist und der general stand im rufe seinen gästen nur dieses nicht aber jenes zu erleichtern so kam es daß er hinter der äußersten eiche einem gewaltigen stamme unschlüssig stehen blieb was er indessen aus seinem verstecke hervor erlauschte war ein idyllisches bild das ihn in keiner weise hätte einschüchtern können der general plauderte in der hallenartig gebauten und zur jetzigen herbstzeit nur allzu luftigen veranda deren sechs hohe säulen ein prächtiges ausländisches weinlaub umwand gemütlich mit seinem nachbar dem krachhalder einem der kirchen ältesten von mythikon die der kandidat während seines vikariats also und täglich im chore hatte sitzen sehen und die ihm bekannt waren wie die zwölf apostel mit aufgestützten ellenbogen ritt wertmüller auf einem leichten sessel und zeigte seine scharfe habichtsnase und das stechende kinn im profil während der schöne alte schlaue kopf des krachhalder einen ungemein milden ausdruck hatte wir sind wie die blumen des feldes führte der alte in erbaulicher weise das gespräch und es trifft sich herr wertmüller dass wir beide in diesen tagen unser haus bestellen ich mache euch kein geheimnis daraus drei pfund vergabe ich zur neuen beschindelung unserer kirchturmspitze ich will mich auch nicht als lump erweisen versetzte der general und werfe testamentarisch ebensoviel aus zur vergoldung unseres gockels daß sich das tier nicht schämen muß auf der neu beschindelten spitze zu sitzen der krachhalder schlürfte bedächtig aus dem vor ihn stehenden glase dann sprach er ihr seid kein kirchlicher mann aber ihr seid ein gemeinnütziger mann erfahret die gemeinde erwartet etwas von euch und was erwartet die gemeinde von mir fragte der general neugierig wollt ihr es wissen und werdet ihr es nicht zürnen durchaus nicht der krachhalder machte eine zweite pause vielleicht ist euch eine andere stunde gelegener sagte er es gibt keine andere stunde als die gegenwärtige benutzt sie ihr würdet euch ein schönes andenken stiften herr general bei kind und kindeskind ich unterschätze den nachruhm nicht sagte der general dem krachhalder der den wunderlichen herrn so aufgeräumt sah schien der günstige augenblick gekommen dem lange genährten wunsch der mythikoner in vorsichtigen worten gestalt zu geben euer forst im wolfgang herr wertmüller begann er zögernd der general verfinsterte sich plötzlich und der alte bauer sah es wie eine donnerwolke aufsteigen stößt seine spitze wohin stößt er seine spitze fragte wertmüller grimmig der krachhalder überlegte ob er vor oder rückwärts wolle ungefähr wie ein mitten auf dem see vom sturm überraschter er entschied sich für das vorrücken mitten durch unsere gemeindewaldung jetzt sprang der general mit einem satze von seinem sessel auf faßte ihn an ein bein schwang ihn durch die lüfte und setzte sich in wollen mich die mythikoner plündern schrie er wütend bin ich unter die räuber gefallen dann fuhr er seine hölzerne waffe senkend gelassener fort daraus wird nichts krachhalder redet das den leuten aus ich will euch nicht noch jenseits des grabes eine nase drehen nichts für ungut versetzte der alte mit ruhe ihr werdet es bedenken herr wertmüller auch er hatte sich erhoben und nahm von dem generale mit einem treuherzigen händedruck den landesüblichen abschied wertmüller geleitete ihn ein paar schritte dann wandte er sich und vor ihm stand sein leibmoor hassan der schwarze machte eine flehentliche gebärde und bat das deutsche wunderlich radebrechend um einen urlaub für morgen nachmittag denn seine seele zog ihn zu seinen neuen freunden in meilen bist du ganz des teufels hassan schallt ihn der general sie haben dir letzten sonntag drüben arg genug mitgespielt mitgespielt wiederholte der moor der das wort missverstand schön wundervoll spiel hast du denn gar kein ehrgefühl die berührung mit der zivilisation richtet dich zugrunde du säufst wie ein christ nicht saufen gnaden schön spiel einzig spiel jass er riß eine solche grimasse und verdrehte die augen mit so leidenschaftlicher inbrunst das pfannenstiel der wie oft die unschuldigen menschen viel sinn für das komische und über die es jetzt etwas gespannte nerven hatte in ein vernehmliches gekicher ausbrach welches er mit aller gewalt nicht unterdrücken konnte seine gegenwart verraten sehend trat der kandidat da er nicht wie eine überraschte druade in die eiche hinein schlüpfen konnte verschämt hinter derselben hervor und näherte sich dem general mit wiederholten verlegenen bücklingen was will denn er hier fragte dieser gedehnt und maß ihn vom wirbel bis zur zeh wer ist er ich bin der vetter des vetters vom vetter stottete der angeredete der general runzelte die stirne mein vater war ein pfannenstiel und meine mutter ist eine selige rollenbutz will er mir seinen ganzen verfluchten stammbaum explizieren was wetter mein bruder ist er alle menschen sind brüder scher er sich zum teufel und wertmüller wandte ihm den rücken pfannenstiel regte sich nicht der empfang des generals hatte ihn versteinert pfannenstiel buchstabierte der schwarze das ihm noch unbekannte wort als wolle er seinen deutschen sprachschatz bereichern pfannenstiel wiederholte auch der aufmerksam werdende general der name ist mir bekannt halt er ist doch nicht der autor und er kehrte sich dem jüngling wieder zu der mir gestern seine dissertation über die symbolik der odyssee zugesendet hat pfannenstiel neigte bejahend das haupt und dann ist er ja ein ganz liebenswürdiger mensch sagte wertmüller und ergriff ihn freundlich bei der hand wir müssen uns kennenlernen viertes kapitel er trat mit dem gaste in die veranda drückte ihn auf einen sitz nieder goss ihm eines der auf dem schenktische stehenden gläser voll und ließ ihn sich erholen und erquicken der empfang war militärisch tröstete er ihn dann aber ihr werdet dem soldaten keinen unebenen hauswirt finden ihr nächtigt heute auf der au ohne widerrede wir haben manches zu verhandeln seht lieber eure abhandlung hat mich ganz angenehm unterhalten und wertmüller langte nach dem buche welches in einer fensternische des die rückwand der veranda bildenden erdgeschosses lag und zwischen dessen blätter er die zerlesene dissertation des kandidaten eingelegt hatte zuerst eine vorfrage warum habt ihr mir euer werk nur mit einer zeile zugeschrieben statt mir es coram publico auf dem ersten weißen blatt mit aufrichtigen großen druckbuchstaben zu dedizieren weil ich mit den pfaffen euren kollegen gespannt bin ha ihr habt keinen charakter pfannenstil ihr seid ein schwacher mensch der kandidat entschuldigte sich seine unbedeutende arbeit habe den namen des berühmten feldherrn und literaturkenners nicht vor sich hertragen dürfen durchaus nicht unbedeutend lobte wertmüller ihr habt phantasie und seid in die purpurnen tiefen meines lieblingsgedichtes untergetaucht wie nicht leicht ein anderer freilich um etwas absurdes zu beweisen aber es ist einmal nicht anders wir menschen verwenden unsere höchsten kräfte zu albernen resultaten dachtet ihr daran mich rechtzeitig zurate zu ziehen ich gab eurer dissertation eine wendung die euch selber eure pfäffischen examinatoren das ganze publikum in erstaunen gesetzt hätte ihr habt es gefühlt pfannenstil dass die zweite hälfte der odyssee von besonderer schönheit und größe ist wie der heimgekehrte wird als ein fahrender bettler an seinem eigenen herde mißhandelt wie die freier reden sich ein er kehre niemals wieder und ahnen doch seine gegenwart sie lachen und ihre gesichter verzerrt schon der todeskampf das ist poesie aber ihr habt recht pfannenstil was nützt mir die poesie wenn nicht eine moral dahinter steckt es ist eine devise in das zuckerwerk hineingepacken zerbrechen wir es da der odysseus nicht bloß den odysseus bedeuten darf wen oder was bedeutet er denn unsern herrn und heiland so beweist ihr und habt ihr es drucken lassen wenn er kaum zu richten lebendige und tote nein kandidat odysseus bedeutet jede in knechtsgestalt mißhandelte wahrheit mitten unter den übermütigen freiern will sagen pfaffen denen sie einst in sieghafter gestalt das herz durchbohren wird eh kandidat wie gefällt euch das so hättet ihr es wenden sollen und seid gewiß eure dissertation hätte gerechtes aufsehen erregt pfannenstil erbebte bei dem gedanken daß sich seiner symbolik diese gotteslästerliche und verwegene wendung hätte geben lassen sein einfaches wesen ließ in den pferdefuß des alten spötters nicht oder doch nur in unbestimmten unwissen erkennen um sich der verlegenheit zu entziehen dem alten freigeiste eine antwort geben zu müssen nahm der kandidat den pergamentband in die hände mit welchem wertmüller während seiner rede gestikuliert hatte es war die aldinische ausgabe der odyssee pfannenstil betrachtete andächtig das titelblatt des seltenen buches plötzlich fuhr er zurück wie vor einer züngelnden natter er hatte auf dem freien raume links neben dem wappen des venezianischen buchhändlers etwas verblichene kühn fließende federzüge entdeckt die folgende zeilen bildeten georgius jenatius me jure possidet konstat vier kreuzer zwölf er warf das buch weg als atme es einen blutgeruch aus damals moderte der fragwürdige bündner schon seit dezennien in der domkirche von kur während sein bild in zahmen und unpatriotischen seiten sich zu einem widerwärtigen verzerrt hatte so dass nur der apostat und der blutmensch übrig blieb pfannenstil betrachtete ihn einfach als ein ungeheuer an dessen dagewesensein er kaum glauben daß er sich nicht realisieren konnte der general weidete sich an seinem schrecken dann sagte er leichthin der liebe mann euer gewesener kollege hat mich damit beschenkt wie wir noch auf gutem fuße standen und ich ihn auf seinem malepartus in davos besuchte also hat er doch gelebt sprach der kandidat halblaut vor sich hin er hat bücher besessen wie unser einer und ihren kosten den preis auf das titelblatt geschrieben jawohl hat er gelebt und recht persönlich und zähe sagte der general mit kurzem lachen noch heute nacht träumte mir von dem bündner das kam daher daß ich mich den ganzen gestrigen tag mit einem hässlichen geschäfte abgegeben hatte ich schrieb mein testament nieder und was ist kläglicher als bei atmendem leibe über seinen besitz zu verfügen der ja auch ein teil von uns selber ist die neugierde des jungen geistlichen wurde rege vielleicht war es ein warmendes traumgesicht gewesen das fein und erbaulich ausgelegt in dem ihm gegenüber sitzenden einen guten und frommen gedanken konnte entstehen lassen wollt ihr mir euren traum nicht mitteilen fragte er mit einem gefühlvollen blicke er steht zu diensten es war in kur menschengedränge staatsperrücken militärpersonen von der hofkirche her geläute und salutschüsse wir treten unter dem torbogen hervor in den bischöflichen hof jetzt gehen wir zu zweien neben mir ein koloss ich sehe nur einen federhut darunter eine gewaltsnase und den in den kragen gesenkten pechschwarzen spitzbart wertmüller fragte der große wen bestatten wir ich weiß nicht sage ich wir treten in die kathedrale zwischen das gestühl des schiffes wertmüller fragte der andere wem singen sie ein requiem ich weiß nicht sagte ich ungeduldig kleiner wertmüller sagte er stell dich einmal auf die zehen und sieh wer da vorne aufgebahrt liegt jetzt unterscheide ich deutlich in den ecken des bartuches den namenszug und das wappen des jenatschen im gleichen augenblick wendet er neben mir schlihend mir das gesicht zu pfahl mit verglühten augen donnerwetter oberst sag ich ihr liegt dort vorn unter dem tuche mit euren sieben todeswunden und führt hier einen diskurs mit mir seid ihr doppelt ist das vernünftig ist das logisch schert euch in die hölle da antwortete er niedergeschlagen du hast mir nichts vorzurücken mach dich nicht mausig auch du wertmüller bist tot pfannenstiel überlief es kalt dieser traum am vorabende des ohne zweifel blutigen feldzuges welcher dem general draußen im reiche bevorstand schien ihm von ernster vorbedeutung und er sann auf ein wort geistlicher zusprache auch wertmüller konnte seinen traum nachdem er ihn einmal mitgeteilt nicht sogleich wieder loswerden der oberst wurde von seinem liebchen mit der axt wie ein stier niedergeschlagen er ging er sich in lauten gedanken mir wird es so gut nicht werden fallen wohl an aber nicht in einem bettwinkel krepieren vielleicht dachte er an gift denn er war am hofe zu wien in ein hartnäckiges intrinkenspiel verwickelt und hatte sich dort durch seinen ehrgeiz totfeinde gemacht ehe ich meinen koffer packe fuhr er nach einer pause fort möchte ich wohl noch einen menschen glücklich machen dem kandidaten schoss das wasser in die augen nicht in selbstsüchtigen gedanken sondern in uneigennütziger freude über diese schöne regung doch es trocknete schnell als der general seinen satz abschloß besonders wenn sich ein kräftiger schabernack damit verbinden ließe das abergläubische gefühl das den general angewandelt hatte war rasch vorübergegangen was ist euer anliegen fragte er seinen gast mit einer jener brüsken wendungen die ihm geläufig waren ihr seid nicht hierher gekommen um euch meine träume erzählen zu lassen nun berichtete pfannenstill dem generale mit einer unschuldigen list denn er wollte ihm seine liebesverzweiflung für die er ihm kein organ zutraute nicht verraten wie ihn über dem studium der odyssee ein unwiderstehliches verlangen ergriffen die heimat homers die goldene hellas kennenzulernen da er keinen andern weg wisse seine wanderlust zu befriedigen sei ihm der gedanke gekommen sich bei dem herrn für die feldkaplanei seiner venezianischen kompanie zu melden die ja in den griechischen besitzungen der republik stationiere sie ist erledigt schloss er und wenn ihr mir ein weniges gewogen seid weiset ihr mir die stelle zu wertmüller blickte ihn scharf an ich bin der letzte sagte er der einem jungen menschen eine gefährliche karriere widerriete aber er muß dazu qualifiziert sein euer knochengerüstfreund ist nicht fest genug gezimmert der erste beste relegierte raufbold von leipzig oder jener wird meinen kerlen mehr imponieren als euer johannes gesicht schlagt euch das aus dem kopfe wollt ihr den süden sehen so sucht als hofmeister dienste bei einem jungen kavalier und klopft ihm die kleider doch auch das kann euch nicht taugen das beste ist ihr bleibt zu hause blickt aus zählt alle die turmspitzen am see das kanaan der pfarr hier ist euer rhodus hier tanzt will sagen predigt wozu sind die geleise bürgerlicher berufsarten da als dass eures gleichen sie befahre ihr wisst nicht welcher schenkelschluss dazu gehört um das leben souverän zu traktieren steht ab von eurer laune und er machte die gebärde als griffe einem rosse in die zügel das mit einem unvorsichtigen knaben durchgegangen ist es entstand eine pause wieder warf der general dem kandidaten einen beobachtenden blick zu ihr seid ein lauterer mensch sagte er dann und es war euer ernst ihr würdet das griechische abenteuer bestanden haben wie reimt sich das mit dem pfannenstiel den ich hier vor mir sehe da liegt ein aal unter dem steine ein verrückter antiquar wie sie zwischen den ruinen herumkriegen seid ihr nicht also seid ihr desperat aber warum seid ihr desperat was treibt euch weg heraus damit eine figur ihr errötet der sechzigjährige wertmüller behandelte die weiblichen wesen als staffage und pflegte sie schlechtweg mit dem malerausdruck figuren zu benennen wo habt ihr zuletzt konditioniert in mythikon bei eurem herrn vetter während seiner gichtanfälle bei meinem vetter will sagen bei der rahel nun ist alles klar und deutlich wie mein neuverfaßtes exerzierreglement das mädchen hat euch den kopf verrückt und dann wie recht und billig einen korb gegeben der zart fühlende kandidat hätte sich eher das herz aus dem leibe reißen lassen als eingeständen daß die rahel wie er daran nicht zweifeln konnte ihm herzlich wohl wolle er antwortete bescheiden der herr wertmüller sonst mein gönner hat mich verabschiedet weil ich mit dem schießgewehr nicht umzugehen verstehe und mich auch davor scheue vor zwanzig jahren ist damit in meiner familie ein unglück begegnet er nötigte mich mit ihm in die scheibe zu schießen und ich habe keinen schuß hineingebracht ihr hättet euch weigern sollen das hat euch in rahels augen heruntergesetzt sie trifft immer ins schwarze donnerwetter da fällt mir ein daß ich dem alten noch etwas schuldig bin der geistliche herr hat mir während ich am rheine bataillierte meine meute hier ganz meisterhaft beaufsichtigt er ist ein kenner hassan hol mir gleich das violette saffian futteral her links zuunterst im glasschranke der waffenkammer laßt euch nicht stören kandidat der mohr beeilte sich und nach wenigen augenblicken hielt wertmüller zwei kleine pistolen von zierlicher arbeit in der hand er reinigte mit einem lederlappen die damassierten läufe und den silberbeschlagter kolben in welchen hübsche seltsame arabesken eingegraben waren fortgefahren freund in eurer elegie sagte er das mädchen also gab euch einen korb oder ist es möglich liebt sie euch es gibt wunderliche naturspiele und nur der alte hätte euch abblitzen lassen was gab er euch für gründe pfannenstiel blieb erst die antwort schuldig ihm war ängstlich zumute geworden denn der general hatte während er sprach den hahn der einen pistole gespannt jetzt berührte wertmüller den drücker mit ganz leisem finger und der hahn schlug nieder er spannte die zweite streckte den arm aus schnitt eine grimasse nur nach harter anstrengung gelang es ihm loszudrücken das spiel der feder musste sich aus irgendeinem grunde verhärtet haben und er schüttelte unzufrieden den kopf der kandidat der stark mit den augen gezwinkert hatte nahm jetzt den faden des gespräches wieder auf um den wahren grund seiner hoffnungslosigkeit anzudeuten eine wertmüllerin und ein pfannenstiel sagte er in einem resignierten tone als nenne er sonne und mond und finde es ganz natürlich dass dieselben nicht zusammenkommen lasse er mich mit diesen narreteien zufrieden fuhr ihn der general hart an sind wir noch nicht über die kreuzzüge hinaus in welcher geistreichen epoche die wappen erfunden wurden aber auch damals wie überhaupt jederzeit galt der mann mehr als der name sonst wäre die welt längst vermodert wie ein wurmstichiger apfel sie er pfannenstiel ich gelte hier für einen patritius als ich aber in kaiserliche dienste trat wie blickten die herren kollegen von so und soviel quartieren hochnasig auf das plebäische mühlrad in meinem wappen herunter dennoch mußten sie es eben leiden daß der müller die von ihnen mehr als zur hälfte ruinierte kompanie wiederherstellte und gewann hör er pfannenstiel es fehlte ihm an selbstgefühl und das schadete ihm bei der rahel der kandidat befand sich in einem seltsamen falle er konnte den standpunkt wertmüllers nicht teilen denn er fühlte dunkel daß seine so vollständige vorurteilslosigkeit die ganze alte ordnung der dinge durchstieß und diese war ihm ehrwürdig auch da wo sie zu seinen ungunsten wirkte aber wertmüller verlangte keine antwort er hatte sich erhoben und trat in jeder hand eine pistole einem hochgewachsenen mädchen entgegen das auf dem vom festen lande her ausmündenden wege einher kam der general hatte den kies unter ihren leichten raschen schritten kirschen hören guten abend patchen begrüßte er sie und seine grauen augen leuchteten das schöne fräulein aber zog die brauen zusammen bis der alten die beiden pistolen die ja offenbar ein ärgernis waren die eine in die rechte die andere in die linke seiner geräumigen rocktaschen steckte ich habe besuch rahel sagte er erlaube mir meinen jungen freund dir vorzustellen den herrn kandidaten pfannenstiel die wertmüllerin war näher getreten während sich pfannenstiel linkisch von seinem stuhle erhob sie bekämpfte eine röten das aber sieghaft bis in die feine stirn und bis unter die wurzeln ihres vollen braunen haares aufflammte der kandidat schlug erst die augen nieder als hätte er mit ihnen ein bündnis geschlossen keine jungfrau anzuschauen erhob sie dann aber mit einem so innigen und strahlenden ausdruck des glücks und der liebe und seine guten blicke fanden in zwei braunen augen einen so warmen empfang daß selbst der alte spötter seine freude hatte an der ungeschminkten neigung zweier unschuldiger menschenkinder er vermehrte seltsamerweise die erste süße verwirrung der beiden mit keinem scherzworte ist es nicht als ob ein tiefes und wahres gefühl in seinem natürlichen und bescheidenen ausdrucke aus dieser welt des zwanges und der maske in eine zugleich größere und einfachere versetze wo der spott keine stelle findet lange freilich hätte er sie nicht ungeneckt gelassen aber das gescheite und tapfere mädchen enthob in der versuchung ich habe mit euch zu reden pate sagte sie und gehe voran nach der zweiten bank am see laßt mich nicht zu lange warten sie verbeugte sich leicht gegen den kandidaten und war verschwunden der general nahm diesen bei der hand und führte ihn eine treppe hinauf in sein bibliothekzimmer in das die seebreite durch drei hohe bogenfenster herein leuchtete seid getrost sagte er ich werde bei der rahel für euch partei nehmen unterdessen wird es euch hier an unterhaltung nicht mangeln ihr liebt bücher hier findet ihr die poeten des jahrhunderts tutiquanti er zeigte auf einen glasschrank und verließ den saal da standen sie in glänzenden reihen die franzosen die italiener die spanier selbst einige engländer ein gehäufter schatz von geist fantasie und wohllaut und wertmüller der ohne frage auf der höhe der zeitbildung stand würde ungläubig den kopf geschüttelt haben wenn ihm zugeflüstert worden wäre einer fehle hier der sie allesamt voll aufwiege der überall belesene hatte william shakespeare nicht einmal nennen hören der kandidat ließ die poeten unberührt deren für ein junges blut ist die nähe der geliebten mehr als alle neuen musen der schuß von der kanzel von konrad ferdinand meyer fünftes kapitel der general hatte einen pfad eingeschlagen der sich dicht am ufer um die krümmungen der halbinsel schlängelte und hier erblickte er bald rahel wirtmüller die auf einer verwitterten steinbank sitzend das feine profil nach der jetzt abendlich dämmernden flut hinwendete ein aufrichtiger ausdruck tiefer betrübnis lag auf dem hübschen und entschlossenen gesichtchen was dichtest und trachtest du redete er sie an sie antwortete ohne sich zu erheben ich bin nicht mit euch zufrieden pate der general lehnte sich an den stamm einer eiche und kreuzte die arme womit habe ich es bei euer wohlgeboren verscherzt sagte er das fräulein warf ihm einen blick des vorwurfs zu ihr fragt noch pate wahrlich ihr handelt an papa nicht gut der euch doch nur liebes und nichts zu leide getan hat was war das wieder für ein spektakel vergangenen sonntag durch eure verleitung hat er den ganzen nachmittag mit euch auf eurem outdeiche herumgeknallt welch ein schauspiel aufflatternde verwundete enden im moor nach der beute wartende jungen der vater in großen stiefeln und das ganze dorf als zuschauer es beurteilte die schüsse warf wertmöller ein pate das mädchen war von seinem sitz aufgesprungen und seine schlanke gestalt bebte vor unwillen ich meinte bisher ihr hättet trotz mancher wunderlichkeit das herz am rechten flecke aber ich habe mich geirrt und fange an zu glauben hier sei bei euch etwas nicht in ordnung und sie wies mit einer kleinen gebärde des zeigefingers nach der linken brustseite des generals ich hielt euch fügte sie freundlicher hinzu für eine art rübezahl so heißt doch der geist des riesengebirges von dessen koboldstreichen ihr so lustig zu erzählen wißt dem es zuweilen spaß macht gutes zu tun und der wenn er gutes tut dabei sich einen spaß macht so ungefähr doch wie gesagt wenn ihr ebenso boshaft seid wie der berggeist von wohltat ist dabei nichts sichtbar ihr werdet den vater noch ins verderben stoßen wären unsere mythikoner im grunde nicht so gute leute die ihren pfarrer decken wo sie können längst wäre in zürich gegen ihn klage erhoben worden und mit recht denn ein geistlicher der wachend und träumend keinen andern gedanken mehr hat als halalie und halaloh muss jeder christlichen seele ein tägliches ärgernis sein das wächst mit den jahren neulich da der herr dekan seinen besuch meldete und zur selben zeit der bote eine in der stadt angekaufte jagdflinte dem vater zutrug mußte ich ihm dieselbe unkindlich entwinden und in meinem kleiderschrank verschließen sonst hätte er noch ein schrecklicher gedanke den ehrwürdigen herrn steinfels aufs korn genommen ihr lacht pate ihr seid abscheulich ich könnte euch darum hassen daß ihr der seine schwäche kennt ihn noch stachelt und aufreizt als wäret ihr sein böser engel nächstens wird er noch einmal mit geladenem gewehr die kanzel besteigen ich freute mich da ihr kamt und nun frage ich reist ihr bald pate mit geladenem gewehr die kanzel besteigen wiederholte wertmüller den dieser gedanke zu frappieren schien lala patchen der vater ist mir der erträglichste aller schwarzröcke und du bist mir die liebste aller figuren ich will dem alten eine genugtuung geben weißt du was ich gehe morgen bei euch zur kirche das rehabilitiert den vater zu stadt und lande schien von dieser aussicht wenig erbaut pate sagte sie ihr habt mich aus der taufe gehoben und das gelübde getan auf mein zeitliches und ewiges heil bedacht zu sein für das letztere könnt ihr nichts tun denn es steht in diesem punkte bei euch selbst sehr windig aber ist das ein grund auch mein zeitliches zu ruinieren ihr solltet scheint mir im gegenteil darauf denken mich wenigstens auf dieser erde glücklich zu machen und ihr macht mich unglücklich sie zerdrückte eine träne vortrefflich resoniert sagte der general patchen ich bin der berggeist und du hast drei wünsche bei mir zugut nun versetzte das fräulein auf den scherz eingehend erstens halt den vater von seiner ungeistlichen jagdlust unmöglich sie steckt im blute er ist ein wertmüller aber ich kann seiner leidenschaft eine unschädliche bahn geben zweitens zweitens rahel zögerte lass mich an deiner stelle reden mädchen zweitens geb dem hauptmann leo kirchberger urlaub zu werbung verlöbnis und heirat nein versetzte rahel lebhaft er ist ein perfekter kavalier einen perfekten kavalier hängt menches um und an worauf ich verzicht leiste pate ein beschränkter standpunkt ich halte ihn fest pate meinetwegen also ein anderes zweites zweitens berggeist verschaffe dem kandidaten pfannenstil die von ihm begehrte feldkaplanei in venezianischen diensten nimmermehr rief die wertmüllerin was der unglückliche begehrte feldklaplanei unter eurem venezianischen gesindel der zarte und gute mensch darum ist er zu euch gekommen der general bejahte ich rede es ihm nicht aus rede das ihm aus pate grassiert nicht pest und fieber in morea zuweilen liest man nicht von häufigen schiffbrüchen im atriatischen meere hin und wieder ist die gesellschaft in venedig nicht ganz entsetzlich schlecht die gute ist dort wie allenthalben und die schlechte ganz vortrefflich pate er darf nicht hin um keinen preis gut also ein anderes zweites verbunden mit dem dritten berggeist mache den kandidaten pfannenstil zum wohlbestellten pfarrer von mythikon und gib mich ihm zur frau rahel wurde feuerrot ja berggeist sagte sie tapfer diese resolute antwort gefiel dem general aus der maßen er ist eine reinliche natur lobte er aber ihm fehlt die männlichkeit welche die figuren unwiderstehlich hinreißt bah machte sie leicht hin und fuhr entschlossen fort pate ihr habt ein dutzend feldschlachten gewonnen ihr verderbt euren listigsten feinden in der hochburg das spiel ihr seid ein berühmter und ein welterfahrener mann wendet ein hundertteilchen eures geistes daran mich was sage ich uns glücklich zu machen und wir werden es euch seit lebens dank wissen der general setzte sich auf die leere steinbank nieder und legte in tiefen nachdenken die hände auf die knie wie eine ägyptische gottheit so berührte er die beiden pistolen in seinen taschen es blitzte in seinen scharfen grauen augen plötzlich auf und er brach in ein unbändiges gelächter aus wie er seit dezennien nicht mehr gelacht hatte in ein wahres schulbubengelächter da er zugleich aufgesprungen war rasch dem innern der halbinsel sich zukehrend wiederholte ein echo diesen ausbruch ausgelassener lustigkeit in so geisterhafter und grotesker weise daß es war als hielten sich alle faune und panisken der audi bäuchlein über einen tollen und gottvergessenen einfall der general beruhigte sich er schien seinen anschlag und die möglichkeit des gelingens mit scharfem verstande zu prüfen das wagnis gefiel ihm zähle auf mich mein kind sagte er väterlich hört pate dem papa darf kein leides geschehen lauter gutes pfannenstiel darf nicht gezaust werden wertmüller zuckte die achseln der spielte eine ganz untergeordnete rolle und ihr werdet euren spaß dabei haben fragte das mädchen gespannt denn das gelächter hatte sie doch etwas bedenklich gemacht ich werde meinen spaß dabei haben kann es nicht misslingen der plan ist auf die menschliche unvernunft gegründet und somit tadellos aber etwas chance gehört zu jedem erfolg und misslingt das so bezahlt rudolf wertmüller die zeche noch einmal besann sich das mädchen recht ernstlich aber ihre resolute natur trug den sieg davon sie hatte überdies ein unbedingtes vertrauen zu der verwegenen kombinationsgabe und selbst in gewissen grenzen zu der loyalität ihres verwandten dass ein schadenfrohrstreich mitlaufen werde wußte sie es war das eben der kaufpreis ihres glücks aber sie wußte auch dass wertmüller sie lieb habe und seinen spuk darum nicht allzu weit treiben würde zudem lag etwas in ihrem blute das eine rasche wenn auch gewagte lösung einer nagenden ungewissheit vorzog ans werk rübezahl sagte sie wann beginnst du dein treiben berggeist morgen mittag bist du braut kindchen ich verreise montag in der frühe adieu berggeist grüßte sie enteilend und warf ihm eine kusshand zu während er ihr nachsah und seine freude hatte an ihrem schlanken und sicheren gange sechstes kapitel zu später abendstunde saßen der general und der kandidat an einer reich besetzten und glänzenden leuchteten runden tafel sich gegenüber in einem geräumigen saale dessen helle stuckwände mit guten in öl gemalten schlachten bildern bedeckt waren wertmüller wußte welche poesie das tischlein deck dich für einen in dürftigen verhältnissen aufgewachsenen jüngling hat aber auch an geistiger bewirtung ließ er es nicht fehlen er erzählte von seinen fahrten in griechenland er rühmte die naturwahrheit der landschaften und der meerfarben in der odyssee er ließ die edeln und maßvollen formen eines hellenischen tempels vor den augen des entzückten kandidaten aufsteigen kurz er machte ihn glücklich seiner davon unzertrennlichen militärischen abenteuer gedachte er nur im vorbeigehen aber so drastisch das pfannenstiel in der nähe des alten landsknechts sich als einen herzhaften und verwegenen mann fühlte während wertmüller in der naiven bewunderung seines zuhörers um einige dezennien sich verjüngte und erleichterte so achtete es pfannenstiel nicht groß als der general in der hitze des gesprächs ihm auf den leib rückte von den vier breiten flachen knöpfen die sein gewand zwischen den schmächtigen schultern vorn zusammenhielten den obersten abriss und denselben nachdem er ihn in einer kurzen betrachtung unterworfen in einen dunklen zimmerwinkel warf dann an einem der mittleren drehte bis dieser nur noch an einem faden hing zwischen den birnen und dem käse aber änderte sich die szene der general hatte gegen seine gewohnheit er war längst ein mäßiger mann geworden einige gläser feurigen burgunders gelehrt und da er wie man zu sagen pflegt einen grimmigen weintrank begann es ihn denn doch ein bißchen zu wurmen daß die schöne und tapfere rahel ihr herz an einen sanftmütigen unkriegerischen menschen noch dazu an einen pfaffen verschenkt hatte und sein dämon nötigte ihn den kandidaten den er doch leiten mochte zu gutem ende noch einmal unbarmherzig zu foppen er befahl dem aufwartenden hasan pulverhorn und kugelbeutel zu bringen zog die beiden terzerone aus seinen rocktaschen und legte sie vor sich auf die tafel die rahel mag euch wendete er sich jetzt an den kandidaten aber wollt ihr sie zum weibe gewinnen müsst ihr dem schönen kinde einmal als ein ganzer mann entgegentreten das wird ihr einen bleibenden eindruck machen und ihr dürft euch dann ruhig die eheliche schlafmütze über die ohren ziehen mein plan ist ganz einfach ich gehe morgen in mütikon zur kirche erstaunt nicht pfannenstiel ich bin kein heide und lade mich bei dem vetter pfarrer zu mittag natürlich bleibt rahel zu hause und besorgt den tisch ihr aber gewinnt bei währendem gottesdienste auf schleichwegen die pfarre entführt das mädchen bringt es hierher und während ihr sie küßt armiere ich die zwei eisernen kanonen die ihr auf dem hausflur gesehen habt und verteidige den schmalen damm der meine insel mit dem festlande verbindet treffen oder handlung friedensschluß wäre der kandidat in seiner natürlichen verfassung gewesen er hätte diese soldatenschnurpe lächelt aber der starke wein war ihm in den kopf gestiegen entsetzlich rief er aus fügte dann aber nach einer pause und erleichtert hinzu und unmöglich die rahel würde niemals einwilligen sie wird ihr erscheint werft euch zu ihren füßen entflieh mit mir oder ihr ergriff ein pistol und setzte sich an die rechte schläfe sie ist eine christin rief der erhitzte kandidat sie wird und muss wollen jede figur wird von der männlichen elementarkraft bezwungen kennt ihr die neueste deutsche literatur nicht den lohenstein den hoffmannswaldau sie wird nicht wollen nimmermehr wiederholte pfannenstiel mechanisch dann fahrt ihr ab glorios mit donner und blitz und wertmüller drückte los der hahn schlug nieder daß es funken stob jetzt ermannte sich pfannenstiel die ihm so nahegelegte ungeheure freveltat und sein schauder davor gaben ihm die besinnung wieder und ernüchterten sein gehirn auch fiel ihm die warnung rosenstocks ein er narrt und quält dich boshaft sagte er sich du bist ja ein geistlicher mann und hast es mit einem schlimmen feinde der kirche zu tun ein hohen lächeln zuckte in den mundwinkel des in beobachtenden scharf beleuchteten gesichtes das in diesem augenblicke einer grotesken maske glitt der kandidat erhob sich von seinem sitze und sprach nicht ohne würde wenn das euer ernst ist so verweile ich keine minute länger unter einem dache wo eine mehr als heidnische verruchtheit gelehrt wird ist es aber euer scherz herr wertmüller wie ich es glaube so verlasse ich euch ebenfalls denn einen einfachen menschen der euch nichts zuleide getan hat zu hänseln und zu verhöhnen das ist nicht christlich nicht einmal menschlich das ist teuflisch ein schöner ehrlicher zorn flammte in seinen blauen augen und er schritt der türe zu lala sagte der general was frühstückt ihr morgen eier rebhuhn forelle pfannenstill öffnete und enteilte der mohr wird euch aufs zimmer leuchten auf wiedersehen morgen beim frühstück rief ihm wertmüller nach der allein gebliebene lud sorgfältig das leicht spielende pistol mit pulver und stieß einen derben pfropfen nach das schwer spielende ließ er ungeladen beide übergab er dem mohren mit dem befehl dieselben in seinen schwarzen samtrock zu stecken dann ergriff der general einen leuchter und suchte sein lager auf siebendes kapitel der kandidat eilte in raschem laufe dem damme zu durch welchen die südseite der insel mit dem festen lande zusammenhing oft hatte er da er sich im verflossenen frühjahre in müthikon aufhielt den sitz des damals in deutschland bataillierenden generals mit neugierigen augen gemustert ohne ihn je zu betreten er wußte daß der damm gegen seine mitte hindurch ein altertümliches kleines tor und eine brücke unterbrochen war aber er war gewiss kein hindernis zu finden da dieses tor wie er sich erinnerte niemals geschlossen wurde sich auch nicht schließen ließ da es keine torflügel hatte jetzt erreichte er das ufer und erblickte zu seiner linken die linie des dammes aber o missgeschick der von dem dämmernden hintergrunde scharf abgehobene balken der brücke schwebte in der luft und bildete statt eines rechten einen spitzenwinkel mit dem profil der pforte an deren steinbogen er durch zwei ketten befestigt war das tor die aufgezogene brücke die kleine verbindungslinie der ketten alles ließ sich mit überzeugender deutlichkeit unterscheiden denn der mond gab genügendes licht und in dem leeren nicht zu überspringen den zwischenraume flimmerte sein widerschein in dem silbernen gewässer pfannenstiel war ein gefangener unmöglichkeit durch das moor zu warten er wäre da er die furten des tückischen röhrichts nicht kannte bei den ersten schritten versunken und hätte ein klägliches ende genommen ratlos stand er am inselgestade während aus dem sumpfe dicht vor seinen füßen ein volltöniges brücke keks quarks quarks erscholl gerade an jenem abend war unter den fröschen der au ein junger lyriker von bedeutender begabung aufgetaucht der das feste und gegebene motiv der frosch lyrik so keck in angriff nahm und so gefühlvoll behandelte daß der begeisterte chor nicht müde wurde die vorgesungene strophe mit unersättlichem enthusiasmus zu wiederholen auf den kandidaten freilich machte das leidenschaftliche gequäke einen tiefmelancholischen eindruck als steige es aus den sümpfen des acheron empor in halber verzweiflung wollte er nun über den damm nach der pforte eilen ob sich die zugbrücke mit anstrengung aller kräfte nicht senken ließe da gewahrte er noch einmal vorwurfsvoll nach dem unheimlichen landhause sich umwendend eine ihm entgegenwandernde helle und nach wenigen augenblicken stand hassan mit einem windlicht in der faust an seiner seite mit untertäniger zutunlichkeit redete ihm der gutmütige mohr zu in die von ihm geflohene wohnung zurückzukehren langweilig frosch geistlicher herr gerade brächte hastan schloßanzugbrücke zimmer bereit was war zu tun nichts anderes als hassan zu folgen in der großen auf den gepflasterten hausflur mündenden küche entzündete der mohr zwei kerzen und leuchtete dem kandidaten die treppe hinauf auf der zweitobersten stufe ergriff er ihn rasch am arme nicht erschrecken geistlicher herr flüsterte er schildwache vor zimmer vom general und in der tat da stand eine schildwache hassan beleuchtete sie mit der kerze und pfannenstiel erblickte ein skelett das die knochenhände auf eine muskete gestützt hielt und an dem über die ribben gekreuzten und blank gehaltenen lederzeuge patronentasche und seitengewehr der zürcherischen landmiliz trug ein kleines dreieckiges hütchen war auf den hohlen schädel gestülpt der kandidat fürchtete das bild des todes nicht er war mit demselben von amtes wegen vertraut ja er hatte eine gewisse vorliebe für die warnende und erbauliche erscheinung des knochenmannes aber wer war der mensch der da drinnen unter der hut dieser gespenstischen wache schlief und welcher seltsame lust fand er daran mit den ernstesten dingen sein fräfles gespätte zu treiben jetzt öffnete der mohr das zweitäußerste zimmer der seeseite und stellte die beiden leuchter auf den kamin pfannenstiel dessen wangen glühten und fieberten trat ans fenster um es aufzureißen hassan aber hielt ihn zurück seeluft ungesund warnte er und machte die flügeltür eines nebenzimmers auf um dem erhitzten in unschädlicher art mehr luft zu verschaffen dann entfährte er sich mit einem demütigen grüße der kandidat schritt eine gute weile in der kammer auf und nieder um seine erregte fantasie zur ruhe zu bringen und den wunderlichsten tag seines lebens einzuschläfern aber das gefährlichste abenteuer desselben war noch unbestanden aus dem von hassan geöffneten nebenzimmer klang ein leiser ton wie ein tiefer atemzug hatte die streichende nachtluft die falten eines vorhangs bewegt oder war ein kauzlein an den nur halb geschlossenen charusien vorbeigeflattert der kandidat hemmte seinen schritt und horchte plötzlich fiel ihm ein daß dieses nächste zimmer das letzte der fassade kein anderes sein könne als die räumlichkeit welche der schiffer bläuling der türkin des generals angewiesen hatte die möglichkeit einer solchen nähe brachte den unbescholtenen jungen geistlichen begreiflicherweise in die größte angst und unruhe doch nach kurzer überlegung beschloss er in die berüchtigte kammer mutig hineinzuleuchten er betrat einen reichen türkischen teppich und stand sich zurechten wendend vor einem lebensgroßen bilde welches von vergoldetem üppigem blätterwerk eingerahmt war und die ganze dem fenster gegenüberstehende wand des kleinen kabinettes füllte das bild war von einem niederländer oder spanier der damals kaum geschlossenen glänzenden epoche in jener naturwarmen bestrickenden weise gemalt die den neuern verlorengegangen ist über eine balustrade von maurischer arbeit lehnte eine junge orientalin mit den berauschenden dunklen augen und glühenden lippen bei deren anblicke die prinzen in tausend und einer nacht unfehlbar in ohnmacht fallen sie legte den finger an den mund als bedeute sie den vor ihr stehenden komm aber schweige pfangenstiel der nie etwas auch nur annähernd ähnliches erblickt hatte wurde tief und unheimlich erschüttert von der verlockung dieser gebärde der sprache dieser augen es tauchte etwas ihm bis heute völlig unbekannt gebliebenis in seiner seele auf etwas von dem er keinen namen geben durfte eine brennende sehnsucht die glückselige möglichkeit ihrer erfüllung vor diesem bilde begann er an so übergewaltige empfindungen zu glauben und vor ihrer macht zu erbeben plötzlich wandte sich der kandidat lief in sein schlafgemacht zurück und begnügte sich nicht die tür zu verschließen er schob noch den regel und drehte zuletzt den schlüssel um nun glaubte er sein lager sei gesichert und begrub sich in die kissen desselben doch kaum war er entschlummert so trat das schöne schemen durch die türe ohne sie zu öffnen und nahm tückisch gestalt und antlitz der rahel wertmüller an ihren meidlichen wuchs ihre feinen geistigen züge aber ihre augen schmachteten wie die der orientalin und sie legte den finger an den mund nun kam eine böse schlimme stunde für den armen kandidaten er wollte fliehen und wurde von einer dämonischen gewalt zu den füßen des mädchens hingeworfen er stammelte unsinnige bitten und machte sich verzweifelte vorwürfe er umfasste ihre knie und verurteilte sich selbst als den ruchlosesten aller sünder rahel erst erstaunt dann streng blickend und unwillig stieß ihn zuletzt empört von sich weg jetzt stand der general neben ihm und reichte ihm das pistol die figur dozierte er wird bezwungen von der männlichen elementarkraft dem kandidaten wurde ihm von eisernen teuflischen krallen der arm gebogen und ersetzte sich die tödliche waffe an die rechte schläfe fliehe mit mir stöhnte er sie wandte sich ab er drückte los und erwachte nicht in seinem blute aber in kaltem schweiße gebadet dreimal trieb ihn der quälende halbtraum in diesem kreislaufe von begirrde frevel und reue herum bis er endlich das fenster aufschloß und im reinen hauche der heiligen frühe in einen tiefen beruhigenden schlaf versank er erwachte nicht bis hassan mit warmem wasser ins zimmer trat und auf seinem befehl die jalousien öffnete ein himmlischer innigblauer tag und das nun halb verwehte nun voll hallende geläute aller seeglocken drang in die traumkammer general kirche gegangen sagte der mohr geistiger herr frühstücken achtes kapitel und der mohr log nicht rudolf wertmüller wandelte in dem augenblicke da sich sein gast dem schlummer entrist schon und weit der kirche von mythikon unter den sonntäglichen scharen welche alle dahinführenden wege und fußsteige bevölkerten der sonst so rasche schritt des generals war heute ein gemessener und seine haltung durchaus würdig und untadelig er war in schwarzen sammet gekleidet und trug in der behandschuhten rechten ein mit schweren vergoldeten spangen geschlossenes gesangbuch seltsam wertmüller der seit langem jede kirche gemieden hatte stand bei den mythikonern in dem schlimmen rufe und der schwefelgelben beleuchtung eines verhärteten freigeistes es war ihnen eine ausgemachte nicht anzufechtende tatsache daß ihn über kurz oder lang der teufel holen werde und dennoch waren sie herzlich erfreut ja gerührt ihn auf ihrem kirchenwege ein herschreiten zu sehen sie erblickten in seinem erscheinen durchaus nicht einen akt der buße denn sie liebten es nicht und hielten es für schmählich hier in den griechischen dramatikern ähnlich wenn eine erwachsene person ihren charakter wechselte sie trauten es dem generale zu daß er konsequent bleibe und resolut ins verderben fahre die mythikoner fassten vielmehr den kirchgang des alten kriegsmannes als eine höflichkeit auf als eine ehre die er der gemeinde erweise als einen öffentlichen abschiedsbesuch vor seinem abgang ins feldlager das grüßen nahm kein ende und jeder grußwart von dem heute ausnahmsweise leutseligen mit einem nicken oder einem kurzen freundlichen worte erwidert nur ein altes weib das böseste in der gemeinde stieß ihre blödsinnige tochter zurück die den general angaffte und raute ihr vernehmlich zu verbirgt dich hinter mir sonst nimmt er dich und macht dich zur türkin weniger freut über den anblick des ungewohnten kirchgängers war der pfarrer wilpert wertmüller als er mit mantel und kragen angetan aus dem tore seines hofraums trat in dessen mitte hinter einem alter grauen brunnen zwei mächtige pappeln sich leis im winde wiegten seine überraschung war eine vollständige denn rahel hatte geschwiegen der pfarrer ein sechziger von noch rüstigem aussehen und nicht gerade geistreichen aber männlichen gesichtszügen mochte den general als einen versuchten weidmann in wald und feld wohl leiden daß er aber seine erbauung gerade in der kirche von mythikon suchte und das hätte er ihm gerne erlassen je unwillkommener desto höflicher war der general er zog den hut dann nahm er den pfarrer an der hand und führte ihn in den flur seines hauses zurück gerade in diesem augenblicke setzte die schöne morgenfrische rahel ihren fuß auf die unterste stufe der treppe sonntäglich angetan und ebenfalls ein kleines in schwarzen sammen gebundenes gesangbuch in der hand kind du bist reizend eine nymphe begrüßte sie wertmüller lasse dich väterlich auf die stirn küssen sie weigerte sich nicht und der kleine aber fest und wohlgebaute general richtete sich auf den fußspitzen empor um die feine weiße stirn des hochgewachsenen mädchens zu erreichen eine eher komische als zärtliche gruppe bittest du mich nach der predigt zu tische alter fragte wertmüller selbstverständlich versetzte der gastfreundliche pfarrer rahel bleibt zu hause und besorgt die küche das willige mädchen fügte mit einem leichten knickse hinzu wir bedanken uns pate und eilte in das obere stockwerk zurück ich bringe dir etwas mit alter lächelte der general gewehr fuhr der pfarrer heraus und seine augen leuchteten wertmüller nickte bejahend und zog unter dem breiten schoße seines sammetrockes ein pistol hervor die vornehme façon und der damals zierte lauf des kleinen meisterstücks der damaligen büchsenschmiedekunst stach an dem pfarrer gewaltig in die augen seine ganze leidenschaft erwachte wertmüller trat mit ihm aus dem dämmerigen flur durch die hintertüre der pfarre in den garten um ihn die kostbare kleine waffe im vollen tageslichte bewundern zu lassen die ganze langseite des hauses war mit einer ziemlich niedrigen weinlaube bekleidet an dem einen ende dieses grünen bogenganges hatte der pfarrer vor jahren eine steinerne mauer mit einer kleinen scheibe aufführen lassen um sich an dem entgegengesetzten eingang posto fassend während seiner freien stunden im schießen zu üben aus der levante fragte er sich des pistols bemächtigend venezianische nachahmung sieh hier die verschlungene schiffer g g bedeutet gregorio gozzoli rühmte wertmüller ich erinnere mich diesen schatz von pistölchen in deiner waffenkammer auf der au gesehen zu haben aber war es nicht ein pärchen du träumst ich kann mich geirrt haben spielt das kleine ding leicht leider ist der drücker etwas verhärtet aber du darfst das fremde meisterstücklein keinem hiesigen büchsenmacher anvertrauen er würde es dir verderben etwas hart tut nichts sagte der pfarrer er nahm trotz mantel und kragen an einem ende der laube stellung auf dem linken fuße ruhend den rechten vorgesetzt zog er den hahn und krömte den arm eben verstummten die glocken auf dem nahen kirchturme und das auszittern ihrer letzten schläge verklang in dem gesumme der wespen die sich geräuschvoll um die noch nicht geschnittenen goldtrauben der laube tummelten der pfarrer hörte nichts er drückte und drückte mit dem aufgebot aller kraft pfui alter was schneidest du für grimassen spottete wertmüller gib her er entriss ihm die waffe und legte seinen eisernen finger an den drücker der hahn schlug schmetternd nieder du verlierst deine muskelkraft vetter dich entnervt die gliederlösende synektus ich will dir selbst den mechanismus etwas geschmeidiger machen du weißt dass ich ein ruhmreicher schlosser und ganz leidlicher büchsenschmied minn der general ließ die schmucke kleine waffe in die tiefe seiner tasche zurückgleiten nein 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 rief der pfarrer leidenschaftlich du hast es mir einmal geschenkt ich lasse es nicht mehr aus den händen zögern hob der general das pistol wieder hervor nicht mehr dasselbe er hatte es der alte taschenspieler mit dem auch für ein schärferes und ruhiges auge nicht leicht davon zu unterscheiden den zwillinge gewechselt der pfarrer hielt die waffe kaum wieder in der hand als er sich von neuem in positur stellte denn er war ganz feuer und flamme geworden und miene machte den hahn noch einmal zu spannen der general aber fiel ihm in den arm herrnach redete er ihm zu donnerwetter es hat längst ausgeläutet herr wilpert wertmüller erwachte wie aus einem traume besann sich lauschte es herrschte eine tiefe stille nur die wespen summten er steckte das pistol eilig in die geräumige rocktasche und die vettern beschritten den kurzen jetzt völlig menschenleeren weg nach der nahen kirche neuntes kapitel als die zwei wertmüller den heiligen raum betraten war er schon bis auf den letzten platz gefüllt im schiffe saßen rechts die männer links die weiber im chore das antlitz der gemeinde zugewendet die kirchenältesten unter ihnen der krach halter zwei breite oben durch ein großes halbrund verbundene mauerpfeiler schieden chor und kirche an dem rechts gelegenen schwebte die kanzel und am fuße der steilen kanzeltreppe befand sich der einzig leergebliebene sitz der mit schnitzwerk verzierte stuhl von eichenholz welchen der pfarrer während des gesanges einzunehmen pflegte diesen wies er jetzt dem general an und bestieg ohne verzug die kanzel der verspätete hatte eile der gemeinde die nummer des heutigen kirchenliedes zu bezeichnen es war das beliebteste des neuen gesangbuches ein danklied für die gelungene lese erst in neuerer zeit verfasst und aus deutschland gekommen mit dreisten und geschmacklosen schnörkeln im damaligen rokokostile aber nicht ohne klang und farbe jede strophe begann mit der aufforderung dem geber alles guten vermittel seines immer wieder andern instrumentes zu loben dem autor mochte ein kirchenlied vorgeschwebt haben aber nicht jene zarten musizierenden engel giambelinis welche an das dichterwort erinnern da geigen die geiger so himmlisch klar da blasen die bläser so wunderbar nein sondern die auf einer robusten wolke lagernde und mit allen möglichen instrumenten ausgerüstete pausbackige himmlische hofkapelle irgendeines bravourbildes aus der rubensschen schule frohlocket frohlocket erscholl es heiter und volltönig in dem schönen reinlichen raume durch dessen acht spitzbogenfenster das leuchtende blau des himmlischen tages hereinquoll der general dessen eintritt ein wohlgefälliges gemurmel erregt hatte wendete sein gesammeltes antlitz der gemeinde zu konnte aber mit einer ungezwungenen wendung des kopfes leicht den hohen sitz beobachten wo sein vetter horstete eben jetzt warf er einen blick hinauf der seelsorger von mythikon der das jubellied schon oft gehört hatte und seiner ebenfalls schon oft gehaltenen predigt sicher war betastete leise seine tasche posaunet posaunet dröhnte es durch das schiff wertmüller schielte die kanzeltreppe hinauf der vetter hatte das kleine terzerol aus der tasche gezogen und betrachtete es hinter der hohen kanzelbrüstung mit augen der liebe mitten durch den trompetenlärm hörte der general deutlich ein scharfes knacken als würde droben ein hahn gezogen er lächelte es kam die letzte die lieblingsstrofe der mythikonerinnen und flötet o flötet sangen sie so schön sie konnten der general warf wieder einen verstohlenen blick nach der kanzel hinauf spielend legte der pfarrer eben seinen dicken finger an den drücker wußte er doch daß er die feder mit aller gewalt nicht bewegen konnte aber er zog ihn gleich wieder zurück und die sanften flöten verklangen der general unten an der kanzel legte in gedrückter stimmung sein gesicht in falten jetzt betete der geistliche herr der das kleine gewehr in seine geräumige tasche zurückgleiten ließ in aller andacht die liturgie und las dann den text aus der großen ständig auf dem kanzelbrette lagernden bibel es war der herrliche 47 psalm der da beginnt frohlocket mit händen alle völker lobet gott mit großem schalle frisch und flott ging es in die predigt hinein und schon war sie über ihr erstes drittel gediehen noch einmal lauerte der general empor sichtlich enttäuscht mit einem fast vorwurfsvollen blicke der sich aber plötzlich erheiterte der pfarrer hatte im feuer der aktion während seine linke vor allem volke gestikulierte mit der durch die kanzel gedeckten rechten instinktiv das geliebte terzerol wieder hervorgezogen lobet gott mit großem schalle rief er aus und baff knallte ein kräftiger schuß er stand im rauch als er wieder sichtbar wurde quoll die blaue pulverwolke langsam um ihn empor und schwebte wie ein weihrauch über der gemeinde entsetzen schreck erstaunen ärger zorn ersticktes gelächter diese ganze tonleiter von gefühlen fand ihren ausdruck auf den gesichtern der versammelten zuhörer die kirchenältesten im chor aber zeigten entrüstete und strafende minen die lage wurde bedenklich jetzt wendete sich der general mit einer zugleich leutseligen und imponierenden gebärde an die aufgeregten mythikonner lieben brüder lasst euch den schuß nicht anfechten bedenket es ist nach menschlicher voraussicht das letzte mal dass ich mich in eurer mitte erbaue ehe ich diesen meinen sterblichen leib den kugeln preis gebe und ihr herr pfarrer zeigt euch als einen entschlossenen mann und führt euren sermon zu ende und wirklich der pfarrer setzte unerschrocken wieder ein und fuhr in seiner predigt fort unbeirrt ohne den faden zu verlieren ohne sich um ein wort zu vergreifen zu stottern oder sich zu versprechen alles kehrte wieder in die ordnung zurück nur das blaue pulverwölkchen wollte sich in dem geschlossenen raume gar nicht verlieren und schwebte hartnäckig über der gemeinde bald im schatten bald von einem sonnenstrahl beleuchtet bis seine umrisse immer ungewisser wurden und sich endlich auflösten zehntes kapitel während der pfarrer seine predigt tapfer zu ende führte hatte die daheimgebliebene rahel der alten babeli und dem zur aushilfe von dieser herbeigeholten nachbars kinde ihre befehle gegeben und trat jetzt ein körbchen und ein kleines winzermesser in der hand vor die hintere haustüre um einige ihrer reifen sonngebräunten goldtrauben von der laube zu schneiden da sah sie sich gerade gegenüber wo der fußsteig um die von der landstraße abliegende seite des garten lief ein seltsames schauspiel ein unheimlicher mensch stützte die hände auf den zaun schwang sich mit fliegenden rockschößen in einem wilden satze über die hecke und kam ihr stracks entgegen kaum traute sie ihren augen konnte er es sein unmöglich und doch er war es pfannenstiel hatte das frühstück welches ihm der dienstbeflissene mohr im speisesaale auf der aufuhr setzte kaum berührt es trieb ihn fort über die jetzt gesenkte zugbrücke bergan der pfarre von mythikon zu er wußte daß er die straßen und steige wenn auch nur für kurze zeit noch leer fand das orientalische schemen war im morgenwinde verflattert aber wie himmlisch leuchtend und frisch der herbsttag aus seinen nebelhüllen einer der gestern empfangenen eindrücke war wie ein stachel in der aufgeregten seele des kandidaten haften geblieben ihm fehle die männlichkeit hat er der generalin vorgehalten die einen unfehlbaren sieg über das weibliche davontrage das gab dem kandidaten zu schaffen und daß ich ihm eine nächste gelegenheit bot etwas nach seiner ansicht kühnes zu unternehmen und gerade das wozu der generalin aufgefordert hatte so entschloss sich der verwilderte rahel wenn auch ohne feuerwaffe mit einem morgenbesuche zu überraschen der sprung über die hecke war dann freilich keine heldentat gewesen sondern eine flucht vor den ersten heimkehrenden kirchgängern die er zwischen den bäumen der landstraße zu sehen glaubte wie er sich mit unternehmender miene und in entschiedener haltung der wertmüllerin näherte erschrak diese ernstlich über sein aussehen seine fiebernden augen die blässe und abspannung wie sie eine schlaflose nacht auf dem antlitze zurückläßt auch der herabhängende halb abgedrehte knopf und die leere die der andere weggerissene gelassen entgingen ihr natürlich keinen augenblick und vollendeten den beängstigenden eindruck ums himmels willen was ist euch herr fikar sagte das mädchen seid ihr krank ihr habt etwas verstörtes fremdes an euch das mich erschreckt der heillose pate was hat er mit euch vorgenommen er gelobte mir doch euch nichts anzutun und nun hat er euch gänzlich zerrüttet erzählt mir haaklein was euch auf der au zugestoßen vielleicht weiß ich rat als ihr der kandidat in die verständigen und doch so warmen augen blickte ward er sich urplötzlich dessen bewußt was ihn eigentlich hergetrieben der kobold des abenteuers der sich beim ersten schritte den er auf der au gethan ihm auf den nacken gesetzt hatte sprang von seinem rücken und ließ ihn fahren bis ins kleinste beichtete er den klaren braunen augen seine erlebnisse auf der insel nur die vision der türkin weglassend die ja eine ausgeburt seines erhitzten gehirns gewesen war er gestand ihr ihn habe der vorwurf des generals ihm fehle das männliche verblüfft und beunruhigt auch jetzt noch könne er nicht darüber hinweg kommen und er bat sie ihm aufrichtig zu sagen ob hier ein mangel sei und wie dem abzuhelfen wäre betrachtete ihn ein weilchen fast gerührt dann brach sie in ein helles gelächter aus der pate tritt mit euch sein spiel sagte sie aber daß er euch das griechische abenteuer widerriet war recht ihr wolltet aus eurer eignen natur heraus und er hat euch heim gespottet warum au wie ihr seid und gerade wie ihr seid gefällt er mir am besten papas ungeistliche weillust hat mir genug schwere stunden gemacht und für mich lob ich mir den mann der unseren dorfleuten mit einem erbaulichen durchsichtigen wandel vorleuchtet unseren zehntwein schluckweise trinkt seine frau lieb hat und zuweilen von einem bescheidenen und gelehrten freunde besucht wird diese kavaliere ich habe über genug von ihren tafel diskursen wenn sie den vater mit ross und wagen überfallen der pate hat euch gestern in so manches eingeweiht hat er euch nicht auch den streich erzählt den er mit 18 jahren seinem jungen weibel spielte sie gelüstete nach spanisch brötchen wie man solche in baden bäckt ich hole sie dir warm sagte er galant sattelte und verritt in baden legte er die brötchen in eine schachtel und eine zeile dazu er verreise ins schwedische lager diesen abschied sandte er durch einen boten ihn selbst aber sah sie viele jahre nicht wieder das hättet ihr nicht getan und sie reichte dem stillen fikar die hand aber jetzt muß ich euch sogleich die knöpfe befestigen setzte sie rasch hinzu es tut mir in den augen und in der seele weh euch in diesem zustande zu sehen setzt euch dabei zeigte sie auf ein bänklein unter der laube ich hole zwirn und nadel pfannenstill gehorchte und sie entsprang mit dem traubengefüllten körbchen nun kam es über ihn wie paradiesesglück licht und grün die niedrige laube das bescheidene pfarrhaus die erlösung von den dämonen des zweifels und der unruhe sie freilich die ihn davon befreit hatte war selbst von unruhe ergriffen welchen streich hatte der general geplant oder schon ausgeführt sie machte sich vorwürfe ihm freie hand dazu gegeben zu haben in der kirche erfuhr sie der herr pfarrer habe sich mit dem general eingeschlossen und bald darauf seien die kirchenältesten langsam und feierlich die treppe hinaufgeschritten etwas unerhörtes müsse in der kirche vorgefallen sein der fischkuri der ihr aus seinem droge forellen brachte wurde von ihr befragt aber er war nicht zum reden zu bringen und schnitt ein dummes gesicht bestürzt eilte das mädchen in ihre kammer und musste lange suchen ehe sie nadel und zwirn fand elftes kapitel nachdem der gottesdienst zu mythikon ohne weitere störung sein ende genommen hatte waren die vettern nebeneinander in die nahe pfarre zurückgeschritten der seelsorger zur rechten des generals ohne sich um den ausdruck der öffentlichen meinung zu kümmern welcher in den minen der ihnen begegnenden unverkennbar zu lesen war dort öffnete der geistliche wertmüller sein studierzimmer ließ den weltlichen wie einen straffälligen armen sünder nachkommen und verschloß sorgfältig die türe dann trat er dicht an den freveltäter heran vetter general sagte er du hast an mir gehandelt als ein schelm und ein bube und er machte miene ihn am kragen zu packen hand weg entgegnete dieser soll ich mich mit dir hier raufen wie weiland mit dem vetter zeugherr von stadelhofen in der ratslaube zu zürich als wir uns die perücken zausten daß es nur so stob bedenke dein amt deine würde mein amt meine würde wiederholte der pfarrer langsam und schmerzlich eine träne netzte seine graue wimper mit diesen vier schlichten worten war dasselbe ausgedrückt was uns in jener großartigen tirade erschüttert mit welcher othello von seiner vergangenheit und seinem amte abschied nimmt der general schluckte die träne des alten mannes war ihm entschieden zuviel lala tröstete er du hast deine prächtige kaltblütigkeit gezeigt auf meine ehre ein echter wertmüller es ist ein feldherr an dir verloren gegangen aber die schmeichelei verfing nicht auch der moment der wehmut war vorübergegangen womit habe ich dich beleidigt zürnte der antrüstete habe ich je in meiner kirche auf dich gestichelt oder angespielt habe ich dich nicht in deinem heidentum völlig werden lassen und dich gedeckt wie ich konnte und zum danke dafür hast du mir hinterlistig das pistol vertauscht du gaukler und taschenspieler warum beschimpfst du meine grauen haare kind der bosheit weil es dir in deiner eigenen haut nicht wohl ist lala sagte der general es pochte die kirchenältesten von mythikon traten in die stube dem krachhalder den vortritt lassend und stellten sich in einem halbkreise den wertmüllern feierlich fast feindselig gegenüber der general las in den langen gefurchten gesichtern daß er mit seinem lästerlichen scherze das dörfliche gefühl schwer beleidigt hatte in der tat der krachhalter auf den sie alle hinhörten war in den tiefen seiner seele empört wenn er sich auch den abenteuerlichen vorfall nicht ganz erklären konnte setzte er ihn doch unbedenklich auf die rechnung des generals welcher die schwäche seines geistlichen vetters sich zu nutze machend ein landkundiges ärgernis habe anstiften wollen dem krachhalder lag die ehre seiner gemeinde am herzen und er hatte das mythikoner kirchlein mit seinem schlanken helm und seinen acht hellen fenstern aufrichtig lieb süß war ihm nach dem schweiße der woche der kirchgang im reinlichen sonntagsrocke und den schnallenschuhen süß und nachdenklich taufe und bestattung die den gottesdienst und das menschliche leben begrenzen und einnehmen süß das angeredet werden als sterblicher adam und unsterbliche seele süß das kämpfen mit dem schlummer das übermannt werden das wieder erwachen süß das kräftige armen süß das zusammenstehen mit den ältesten auf dem kirchhofe und die begrüßung des pfarrers süß das gemütliche heimwandeln man mußte ihn sehen den ehrbaren greis mit dem scharf gezeichneten kopfe wenn er bei einer armen steuer nach der aufforderung des herrn pfarrers zu schöner brüderlicher wohltat das wasser in den augen aus seinem geldbeutel ein rotes hellerchen hervorgrub kurz der krachhalder war ein kirchlicher mann und das herz blutete oder richtig gesagt die galle kochte ihm die städte seiner sonntäglichen gefühle verunglimpft und lächerlich gemacht zu sehen was führt euch hierher redete der general ihn an und fixierte ihn mit blitzenden augen so scharf daß der krachhalder der trotz seines guten gewissens das nicht wohl ertragen konnte mit seinen augenstörnen nach rechts und links auswich bis es ihm endlich gelang standzuhalten macht aus einer mücke keinen elefanten fuhr wertmüller ohne die antwort zu erwarten fort nehmt den schuß als einen verspäteten aus der lese oder in teufels namen für was ihr wollt die lese war mittelmäßig erwiderte der kirchenälteste mit verhaltenem grimme unterschus sich dein recht böser handel ihr herren wertmüller ich besitze eine chronik von stadt und land darin steht verzeichnet dass vor jahren einem jungen geistlichen herrn der seiner braut über den heiligen kelch ihn mit verliebten augen zu winkte der krachhalder machte an seinem halse das zeichen eines schnittes blödsinn fuhr der general ungezuldig dazwischen ich habe zu hause eine ketzergeschichte sprach der krachhalder herrnarkig fort darinnen alle trennungen und sekten von anfang der welt an beschrieben und abgebildet sind aber kein adamit oder wieder täufer hat es je unternommen bei währender predigt einen schuß abzugeben das herr pfarrer ist eine neue religion dieser seufzte das beispiellose seiner tat stand ihm deutlich genug vor augen man wird den schuß in zürich untersuchen drohte jetzt der unbarmherzige bauer die synagoge er wollte sagen synode wird darüber sitzen es tut mir leid für euch herr pfarrer aber ich hoffe sie fällt einen scharfen spruch auch so wird uns der spott nicht erspart werden und das ist das schlimmste denn der spott hat ein zähes leben an unserem see wenn ich nur daran denke wird es mir beim eid schwarz vor den augen das ganze rechte ufer da drüben lacht uns aus keinen schoppen können wir mehr trinken in meilen oder küssnacht ohne daß sie uns verhöhnen in allen tonarten und lieder weisen der schuß von mythikon stirbt nicht am see so wenig als in altdorf der tellenschuss er haftet und lebt bei kind und kindeskind ich berufe mich auf euch herr general fuhr er fort und die alten augen leuchteten boshaft ihr wisst was das heißen will wie lange ist es her daß ihr von rapperswil abzogt damals wurdet ihr von den katholischen besungen und glaubt ihrs das lebt noch ihr seid ein verrühmter abfigürter mann aber was hilft das erst vorgestern noch fuhr ein volles pilgerschiff von richterswil her um die au mit großem lärm und gesang ich stand in meinem weinberg und denke die narren gegen euer haus hin werden sie still das macht der respekt sag ich zu mir selbst ja da hatt ich es getroffen kaum sind sie recht unter euren fenstern so bricht das spottliedlein los ihr wißt das wo sie den wertmüller heimschicken zur müllerin gut daß ihr verritten wart meineidig geärgert hab ich mich in meinen reden schweigt fuhr ihn der general zornig an denn der alte schimpf jener aufgehobenen belagerung brannte jetzt noch auf seiner seele ja schärfer als früher als wäre er mit jener tinte verzeichnet die erst nach jahren schwarz und unverdäglich hervortritt doch er beherrschte sich und wechselte den ton etwas konfusion gehört zu jeder komödie sagte er aber wenn sie ihren höhepunkt erreicht hat so muss ja eine rasche wendung zu gutem schlusse helfen sonst wird sogar die verrücktheit langweilig herr pfarrer und liebe nachbarn gestern bis tief in die nacht habe ich an meinem testamente geschrieben und es schlag zwölf uhr unterzeichnet ich kenne euer warmes interesse an allem was ich tue lasse und nachlasse erlaubt denn daß ich euch einiges daraus vorlese er zog eine handschrift aus der tasche und entfaltete sie den eingang wo ich ein bißchen über den wert der dinge philosophiere übergeh ich wenn ich rudolf wertmüller jemals sterbe doch das gehört auch nicht jeher er blätterte weiter hier schloss und herrschaft elg die ich aus den redlichen ersparnissen meines letzten feldzuges erworben bleibt als fidei kommis in meiner familie und so weiter item sind demal diese herrschaft eine treffliche aber vernachlässigte jagd besitzt und eine mit den beutestücken eben jener kampagne versehene aber noch unvollständige waffenkammer so verfüge ich daß nach meinem ableben mein vetter der herr pfarrer wildbert wertmüller benanntes schloß und herrschaft bewohne und bewerbe die jagd herstelle die waffenkammer vervollkommne und überhaupt und in jeder weise bis an sein ende frei darüber schalte und walte wenn anders dieser geistliche herr sich wird entschließen können sein in mythikon habendes amt niederzulegen und antistete probante an den kandidaten pfannenstiel zu transferieren welchem kandidaten nicht mein patenkind die rahel wertmüller zur frau gebe nicht ohne die väterliche einwilligung jedoch und mit hinzufügung von dreitausend zuckergulden die ich dem fräulein in meinen segen eingewickelt hinterlasse uff schöpfte der general atem diese sätze eine verteufelte sprache das deutsche der pfarrer kam sich vor wie ein schiffbrüchiger den dieselbe welle begräbt und ans land trägt seine verhängnisvolle leidenschaft abgerechnet ein verständiger mann erkannte er sofort daß ihm der general den einzigen und dazu einen höchst angenehmen weg öffne der ihn aus schimpf und schande führen konnte er drückte seinem übelen wohltäter mit einer art von rührung die hand und dieser schüttelte seh mit den worten komme ich durch so soll es dein schade nicht sein vetter ich tue dann als wäre ich tot und installiere dich als mein eigener testamentsvollstrecke in elk die mythikoner aber lauschten gleichsam mit allen gliedmaßen denn es schwante ihnen daß jetzt sie an die reihe kämen beschenkt zu werden ich vermache denen mythikern fuhr der general fort und sein bleistift flog über das papier in seiner linken denn er skizzierte den durch die eingebung des augenblicks entstandenen paragrafen denen mythikern vermache ich jene in ihre gemeindewaldung am wolfgang eingekeilte zu zwei dritteln mit nadelholz zu einem drittel mit buchen bestandene spitze meines besitztums in der weise daß die beiden marksteine des gemeindegutes zu meinen ungunsten durch eine gerade linie verbunden werden heute noch auf ehrenwort und vor zeugen behält dieser zusatz mit meiner unterschrift seine endgültigkeit erklärte der general in der meinung jedoch und unter der bedingung dass der heute wie eine unverbürgte sage geht in der kirche von mythikon abgefeuerte schuss zu den ungeschehenen dingen verstoßen und so weit der realität hätte mit einem ewigen schweigen bedeckt werde welche sich die mythikoner eidlich verpflichten weder in diesem leben zu brechen noch jenseits des grabes am jüngsten tage und letzten gerichte der krachhalder war während dieser mitteilung äußerlich ruhig geblieben nur die nasenflügel in dem übrigens gelassenen gesichte zitterten ein wenig und seine fingerspitzen hatten sich um ein kleines einwärts gebogen als wolle er das geschenk festhalten der general so wahr mir gott helfe rief er jetzt und hob die hand zum schwure wertmüller aber schloss widrigenfalls und bei gebrochenem schweigen ich dies vermächtnis bei meiner rückkehr aus dem bevorstehenden feldzuge umstoßen und vertilgen werde wäre mir dies nicht möglich wegen eingetretenen sterbefalles so schwöre ich mich den mythikern als geist zu zeigen und zur strafe ihres eidbruches zwischen zwölf und eins ihre dorfgasse abzupatrouillieren werdet ihr die bedingung erfüllen können krachhalder unwitzig müssten wir sein beteuerte dieser wenn wir nicht das maul hielten und eure weiber dafür lasst uns mythikoner sorgen sagte der alte bauer ruhig und machte eine bedeutungsvolle handbewegung aber krachhalder stellt euch vor ich sei aus dem reiche zurück sagte der general freundlich wir sitzen unter meiner veranda ich lege euch so wie jetzt die hand auf die schulter stoße mit euch an und wir plaudern allerlei dann sag ich so im vorbeigehen jener schuss hat gut gekracht welcher schuss das lügt ihr herr general rief der kirchenälteste mit einer sittlichen entrüstung die komischerweise durchaus nicht gespielt war sondern das gepräge vollkommener aufrichtigkeit trug wertmüller lächelte zufrieden jetzt heim ihr männer mahnte der alte damit kein unglück geschehe muß in einer viertelstunde das ganze dorf wissen daß der schuss will sagen daß wir heute eine gute predigt gehört haben er drückte dem pfarrer die hand und euch herr general sagte er reiche ich sie als eidgenosse verzieht einen augenblick befahl wertmüller und seid zeugen wie ein glücklicher vater zwei hände zusammenlegt der fikar kann nicht ferne sein trugen mich nicht die augen so sah ich ihn von weitem über eine hecke wollte schieren mit einem salto den ich ihm nie zugetraut hätte rahel mein kind schnell rief der pfarrer durch die geöffnete tür ins haus hinein gleich vater scholl es zurück aber nicht aus dem innern der wohnung sondern von außen durch das weinlaub des bogenganges herauf rasch blickte der general aus dem fenster und gewahrte durch das blattgitter seine schützlinge in einer gruppe die er sich durchaus nicht erklären konnte hervor hirt und hirtin aus arkadiens lauben rief der alte soldat da schritt rahel unmutig errötend unter dem schützenden blätterdache hervor und betrat mit pfannenstiel den sie mitzog ein kleines von edelobstbäumen umzogenes rondell das hart vor den fenstern der studierstube lag aus denen der general mit den neugierigen kirchenvorstehern herunterschaute das fräulein hielt eine nadel in der gelenkenhand und befestigte vor aller augen einen herabhangenden knopf am rocke des kandidaten sie ließ sich in ihrer arbeit nicht stören erst nachdem sie den faden gekappt hatte heftete sie die braunen augen in denen ernst und übermut kämpften fest auf ihren wunderlichen schutzgeist und rief ihm zu pate ihr habt mir in kurzer zeit den herrn fikar fast zerstört und zugrunde gerichtet wohl mußte ich ihn wieder in ordnung bringen damit er vor gotten menschen erscheinen könne aber was habt ihr mit dem obersten knopf angefangen der hier mangelte und den ich durch einen des vaters ersetzen mußte schafft ihn zur stelle oder sie erhob die nadel mit einer so trotzigen und blutdürstigen gebärde gegen den general daß die männer alle in schallendes gelächter ausbrachen nach wenigen augenblicken traten pfannenstiel und rahel vor den pfarrer der sie verlobte und segnete als aber die vergnügten kirchenältesten sich entfernt hatten gab der würdige herr seinem künftigen schwiegersohn noch eine kurze ermahnung was war das herr fikar an der kirche vor überschlüpfen abgerissene knöpfe wo bleibt da die würde das amt dann wandte er sich gegen den general ein pärchen sagte er nun das andere gebt her vetter und er langte ihm ohne umstände in die rocktasche hob daraus das hartspielende pistol zog dann das in der kirche entladene leicht spielende aus der seinigen und hielt sie vergleichend zusammen so begab es sich daß der schuß von mythikon totgeschwiegen und im widerspiel mit dem tellenschusse aus einer realität zu einer blassen wesenlosen sage verflüchtigt wurde die noch heute als ein heimatloses gespenst an den schönen ufern unseres sees herumschwebt aber auch wenn die mythikoner geplaudert hätten der general konnte sein testament nicht mehr entkräften denn er hatte die eichen der au zum letzten mal gesehen sein ende war rasch dunkel unheimlich eines abends beim lichter anzünden ritt er mit seinem gefolge in ein deutsches städtchen ein stieg im einzigen schlechten wirtshause ab berief den schöffen zu sich und ordnete requisitionen an ein paar stunden später wurde er plötzlich von einem krankheitsanfalle niedergeworfen und schlag mitternacht hauchte er seine seltsame seele aus Ende der zelung 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 Vielen Dank.